Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir sind in einer neuen Folge von Valheim. Wir sind vom Looten zurück und wollen jetzt hier schauen, dass wir zum Beispiel den Lederhelm machen. Zaubern wir mal daher und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiter vorankommen. Das war ja jetzt unser Ziel, dass wir ein bisschen besser werden. Dann können wir hier noch Klamotten aufräumen, das wollen wir machen. Aber alles das machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann sind wir schon an der nächsten Truhe. Können hier Essen einlagern. Achso, das steckt schon. Das soll hier weg, das will ich gar nicht mehr haben. Das auch nicht, das werde ich jetzt irgendwo nachher wegschmeißen. Die Trophäe kommt in die andere Kiste. Hier kommen Rohstoffe rein. Das ist Essen. Wie ist denn das mit Essen? Ah, okay, das heißt wir müssen da und da schon wieder was von nehmen, weil das da unten schon leer ist. Okay, Rohstoffe, das kommt hier auch noch rein. Und das auch noch, weil das hat ja nicht geklappt. Das ist jetzt hier, was? Eine Hose, Stufe, Zerlumte, ne, Zerlumtes, Hemdstufe 2. Okay, Rüstung ist da. Zwei und da auch zwei. Das fliegt gleich auch noch raus. So, hier ist nochmal Essen. Das kann da gesteckt werden. Da haben wir nur noch drei. Ich glaube, das packen wir hier mit rein. Und wir werden das Holz und das hier auch noch reintun und auch noch das. Also, das gehört auch noch hier rein. Das kommt in die andere Truhe. Das Geweih hier kommt auch in die andere Truhe. Das stacken wir mal richtig so, dass das so ist, wie wenn wir es hier angezogen haben. So. So. Ja, dann können wir die andere Truhe auswählen. Und packen da das rein und das rein. Eitürk oder wie der heißt, der muss noch ein bisschen warten. Wir müssen erst noch besser werden. Ich glaube, das würden wir nicht schaffen, den zu schlagen. So. Die vier Sachen schmeißen wir gleich irgendwo weg. Sortiert ist. Es sieht alles gut aus. So. Draußen sieht es komisch aus. Neblig oder was ist das? So, jetzt gehen wir hier ein Stück raus. Und zu diesem Holz schmeißen wir jetzt die Sachen weg, die wir nicht mehr haben wollen. Irgendwo waren doch noch mehr Äxte, oder? Jetzt habe ich bestimmt nicht alle mitgenommen. Kann das sein. Ich muss nur an diesem Baumstrumpf dann aufpassen, dass ich nicht zu nah dran gehe. Sonst nimmt er das ja wieder auf. Sind hier noch Äxte drin gewesen? Nein, aber ich habe doch mehrere gehabt. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Also, warte, ich habe jetzt da oben geguckt und ich muss unten gucken. Da sind sie. Guck, die schmeißen wir auch noch weg. Was haben wir denn sonst hier noch dran? Grauzwergentrophäe. Okay, den haben wir wohl schon mal geschlagen. Ja, passt erst mal. So, ja, nicht rechts klicken. Ich möchte immer gerne jetzt rechts klicken, seit Neuestem. Ich möchte immer permanent und ständig parieren, voll der Blödsinn. So, jetzt schmeißen wir da die anderen auch noch hin. So, jetzt haben wir aufgeräumt, ne? So, jetzt müssen wir überlegen. Wir brauchen noch mehr von dem ganzen Zeug, was wir hier gesammelt haben. Jetzt müssen wir nur gucken. Der Wind kommt von da. Das heißt, wir sollten hier hingehen. Wollen wir in diese Richtung dann schaffen. Mit Pfeil und Bogen. Habe ich schon einen gehört gerade? Ist hier irgendwo ein Wildschwein? Ah, da oben steht er. Ich sehe ihn schon. So kriege ich den, so. Sehr gut. Wo ist er? Ja. Haben wir den schon geschafft? Ist hier irgendwo einer? Ne, ne, oder? Wind kommt von da. Ja, das würde bedeuten, ich muss hier hoch. Ach, hier sind unsere Steine. Wo ist einer? Wo ist doch einer hier? Ah, da kommt er. Die Nummer schon erledigt. Ist das schon wieder einer, ne? Kommt der Wind weg von da? Ja, das heißt, wir müssen mehr in diese Richtung gehen. Buche, okay. Ah, ich höre schon wieder ein. Sehen, aber noch nicht. Da, oder? Da ist ein Hirsch. Dann kommt er hoch. Sehr gut. Und wieder Fell. Wunderbar, oder? Jetzt fange ich an zu frieren. Ah, das Fleisch hat man noch gar nicht aufgesinnt. Das wird jetzt dunkel. Ich sehe wieder nichts mehr. Ich denke, wir gehen mal zurück und legen uns dann ins Bett. Weil bringt gerade, ich glaube, nichts hier rumzurennen. Ah, Bett ist da lang. Oh, hier muss in der Nähe einer sein. Hört sich ein bisschen nach links an, oder? Ich sehe aber noch nichts. Es ist einfach halt zu dunkel, ne? Er ist nicht ganz weit weg, würde ich sagen. Aber ich sehe ihn nicht. Jetzt gibt er noch mal laut. Ich würde sagen, der ist hier lang. Ich würde sagen, der ist hier lang. Ich sehe ihn leider nicht. Hier ist gerade besonders viel dickig. Da am Baum ist er. Da am Baum ist er. Ich sehe ihn nicht so wirklich. Aber wenn ich knapp daneben ziele, ne? Neben dem Baum, dann müsste das doch klappen. Ah, den habe ich nicht mehr erwischt. Schade. Das war's dann. Ja, komm. Zurück zur Hütte. Hat keinen Sinn so. Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Ein bisschen weiter links halten, dann kommen wir zur Hütte. Da unten war schon das Licht zu sehen, oder? Ja, komm, jetzt gehen wir ja so aus dem Wald raus. Da waren Wildschweine. So ein Shit, aber auch. Ah, nee. Axt. Da habe ich mich jetzt erschrocken, ne? Jetzt haben wir das Leder auch noch. Ist da noch eins? Ne, ne? Das habe ich überhaupt nicht gesehen, das Wildschwein, ey. Gut, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr von der ganzen Geschichte. Aber allerdings, ja, leider. Immer noch keine Knochen, ne? So, jetzt lassen wir gerade hier reinchecken. Das machen wir mal heile hier. Holz und so ist klar. Das müssten wir jetzt erst sammeln. Lederhose? Nee. Die haben wir ja, ne? Die müssten wir aufwerten, wenn. Aber dafür braucht man immer hier die Knochensteile. Alles, was wir... Ach, nee, hier nicht. Feuer, Stein, Axt. Da brauchen wir... Haben wir die nicht aufgewertet? Ich dachte, die hätten wir aufgewertet. Nee, haben wir nicht, ne? Doch, haben wir. Ist ja schon auf Stufe zu high. Ja, dann lass uns hier reingucken. In die Truhe. Was brauchen wir hiervon? Nix. Was können wir reinlegen? Den. Okay, da ist jetzt erst mal... Alles safe. Dann hier. Nehmen wir mal das an uns, das an uns. Oh, zehn Stück haben wir sogar. Wow. Die Knochen. Wir brauchen das und wir brauchen das. Ja, komm, dann nehmen wir das gerade auch noch zu uns und das auch noch. Hier machen wir es umgekehrt. Das geht nach unten. Und das geht auch nach unten. So, dann gucken wir an der Werkbank, ob es was gibt, was wir machen können. So, erst mal aufwerten gucken. Da ist nur die Steinachst. Das machen wir natürlich mal, ne? So, jetzt ist die schon auf Stufe 3. Aufwerten geht dann nix mehr, aber was können wir noch bauen? Holzpfeiler. Ne, den haben wir ja schon. Haben wir schon. Jeder Helm, Hacker, Feuersteinmesser könnten wir machen, bringt uns aber nicht so wirklich was. Und der Rest, Hirschwellumhang, der wäre schön, aber da fehlt uns einmal Knochen. Schade, ne? Ah, du fängst an zu frieren. So, was kommt hier rein, diese Ressourcen? Und wir müssen unsere Hütte unbedingt vergrößern, weil das ist alles zu klein, was wir hier gerade machen. So, andere Kiste brauchen wir nicht reingucken, weil passt schon. Aber ich denke, wir machen gerade ein Nickerchen. Vielleicht ist er noch wieder hell, ne? Ein Brot aus dem Lungenholz. Und das sind Siegeln, liegst du mit der Fuß verschränkten Arm verschwommen. Da sieht ja wie Daumen am Lungenkern. Kleine anvertraute Lieder werden sie dich auf dem Erkrankschirm schieben. Welche? Schwarz? Keine Ahnung. Kann ich nicht weiterlesen. Geht zu schnell. Gut, Tag 16. So, jetzt sind wir hier draußen. Jetzt können wir das mal zumachen. Da liegen unsere Teile. Hier können wir hingehen. Achso, Essen müssen wir mal gerade checken. Haben wir fast nichts mehr. Und einen Pilz. So, jetzt kriegen wir noch ein paar Punkte mehr. Und es wird ja schon hell, ne? So. Am Wasser wäre jetzt das Skelett. Da oben ist ein Wildschwein gewesen. Und wir haben wieder Leder. Und da ist gleich so ein Kamerad auch noch. Den können wir gleich mitmachen. Und, äh, hier war noch ein Reh. Oder Hirsch. Nee, das ist weg. Geil. Da habe ich natürlich jetzt gar nicht mit geregnet, ne? Dass ich das schaffe. So, jetzt müssen wir mal aus dem Wald hier raus, oder? So, wo sind wir denn jetzt? Mal auf dem Weg dahin. Jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen, ne? Geschafft. Wieder mehr Sachen geholt. Sollen wir mal das Skelett probieren? Ich weiß nicht. Schaffen wir mal das? Weiß ich nicht. Das ist ja da hinten, ne? An diesem anderen Stein-Ding da. Wo war der jetzt? Hört jetzt eigentlich nach hier links an, ne? Das ist ein Baum, ja. Nee, hier sehe ich nicht. Wohl sich der von da anhört. Nee, ich sehe ihn nicht. Ist das ein Wildschweinlein, ne? Hier ist eine Nixe, okay. Die gibt mir diesen Schwanz, die Nixe. Brauche ich aber jetzt nicht. Ja, wir müssen gerade mal überlegen, ob wir das mit dem Dingens machen. Sag schon. Mit dem Skelett. Weil das würde uns bestimmt Knochen bringen, oder? 79 haben wir. Da hinten ist das. Warte mal, wir haben ja die Feuerpfeile. Das war ganz nah, ne? Shit, da oben steht er. Da oben steht er. Und da hinten ist das Skelett. Warte mal. Feuerpfeile ausrüsten. Ist ein Versuch wert, oder nicht? Aber ich glaube, wir machen erst einen Cut. Und nächstes Mal überlegen wir dann, ob wir das Skelett machen. Okay? Würde ich sagen. Da steht's. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mich freuen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ciao.